Diese Jacke fällt auf, nicht nur hier auf der Modemesse CPM in Moskau, sondern auch im Alltag. Das ist natürlich so gewollt. Mehrere LED-Streifen bringen sie zum Leuchten und sollen so für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Smart Textiles nennt sich dieser Trend, der bei immer mehr Labels Einzug hält. Doch nicht nur integrierte Leuchten haben die Jacken inzwischen. Manche regulieren sogar aktiv das Klima unter Mäntelchen, je nachdem, ob ihr Träger sich gerade draußen in der Kälte oder in einem warmen Raum befindet. Unser Hauptkunde ist ein moderner, aktiver Stadtbewohner, der viel unterwegs ist, der keine Zeit hat, sich ständig anzuziehen, auszuziehen. Und deswegen sind auch diese Funktionen ausgedacht, damit er sich komfort und gut fühlt unterwegs. Auffallen geht aber auch anders. Statt Hightech-Jacken mit eingebauter Elektronik zielt dieser Modetrend auf handgefertigter Accessoires ab. Natürliche Materialien und Individualität liegen hier im Fokus. So wie etwa mit Fotoprints bedruckte Handtaschen oder diese bunten Halsketten mit Achat- und Swarovski-Steinen. Alles andere als dezent und unauffällig. Es ist immer angenehm, Unikate herzustellen und zu entwickeln. Wenn man solch ein Unikat trägt, fühlt man sich einzigartig. Das ist mir wichtig. Moderne Jacken mit eingebauter Elektronik oder doch lieber individuelle Handarbeit. Beides ist derzeit eher selten. Hier auf der Modemesse hoffen manche Aussteller ganz klar, dass sich das ändert.